Erscheinung und Botschaft unserer Mutter Gottes am 25. März 2023, Hochfest der Verkündigung unseres Herrn Jesus Christus. Von eurem Jahr hängt die Verwirklichung eines Teils des Plans des Herrn ab, und viele Seelen sind diesem Jahr anvertraut. Jackerei, 25. März 2023, Hochfest der Verkündigung unseres Herrn Jesus Christus. Botschaft unserer Mutter Gottes, Königin und Botschafterin des Friedens. Bei den Erscheinungen von Jackerei SP Brasilien. Dem Seher Marcos Tadoy mitgeteilt. Heilige Maria, liebe Kinder, wenn ihr heute mein Jahr betrachtet, mein Fiat, das Gott gegeben wurde, der den Erlöser in die Welt brachte, der Gott zum Menschen machte. Um das Werk der Erlösung des Menschengeschlechts endgültig zu beginnen, komme ich erneut vom Himmel, um euch zu bitten, gebt dem Herrn euer Jahr, damit er seine göttlichen Pläne in euch verwirklichen kann. So vollenden wir das große Werk, das mit meinem Jahr begonnen hat und das mit dem endgültigen Triumph des Herrn und der ganzen Menschheit, die ihn anbetet und lobt, für immer und ewig seinen Höhepunkt erreichen wird. Von eurem Jahr hängt die Verwirklichung eines Teils des Plans des Herrn ab, und viele Seelen sind diesem Jahr anvertraut. Deshalb, kleine Kinder, seid großzügig, verzichtet auf euch selbst, verachtet euren eigenen Willen und die Welt und opfert euch mit mir großzügig dem Herrn für die Verwirklichung der Heilspläne der Welt auf. Betet weiterhin jeden Tag meinen Rosenkranz, damit ihr Seelen seid, die mehr tun als nur Worte. Die Welt braucht Menschen, die ein entschiedenes Jahr geben und nach diesem Jahr leben. Möget ihr weiterhin jeden Tag den Rosenkranz der Flamme der Liebe beten. Betet den Rosenkranz der Flamme der Liebe vier an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Und auch den meditierten Rosenkranz 355 an vier aufeinanderfolgenden Tagen. Ich segne euch jetzt alle mit Liebe, aus Nazareth, aus Bethlehem und aus Jakarei. Amen. 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 Vielen Dank.